Hey Leute, was geht? Nee, ich bin hier auf der anderen Seite. Ah, kleiner Switch. Zwischendurch, da könnt ihr auch den Chat lesen. Ja, einige haben ja gemeint, ich will den Chat lesen. Leute, spielen wir nur noch Bot. Wir haben ein sehr lustiges Team. Ich bin gespannt, wie der Kragas mitlemmt sich macht. Ihr seht, der Voli-Bär ist schneller. Oh nice, das Fassblatt gegeben. Geil. Und er ist raus. Das ist witzig. So, Versuch Nummer 2. Okay, hoffentlich geht jetzt hier keiner AFK. Wäre ja ganz gut. Yeti Bart, Yeti Bart, Yeti Bart. So, tschüss. Aber wir haben jetzt ein Blue. Ein bisschen Counter-Jungling-Action ist da. Wir haben einfach deutlich mehr Schaden zur Verfügung. Ich sag mal, Yedis und Wikinger sind einfach nur superior to non-Buds. Ihr seht, es ist komplexes Design. All the fucking way. Einfach rechtsklickt. Wir haben einfach runtergelaufen. Perfekter Gang. Mann, kacke. Mann, ich hasse Ari. Ich bin so dumm. Scheiße. Na gut, wir müssen weiter farben, Leute. So, zack, Toad. Ohne Ult. Was ist da los? Warum wollt ihr die Leute ihre Ult nicht benutzen? Hier, zack, Ult. Oh, ich hasse dich wirklich. I will surprise them with my decisions. Oh, Ari, du bist halt wirklich annoying. Yes, fuck. Okay. Sie sind immer einer mehr. Mann, man kann hier überhaupt nichts machen. Sie sind einfach einer mehr. Jetzt kommt einfach ein Loch an. Einfach zweimal Righteous Glory, Leute. Are you freaking kidding me? Und... Nichts getroffen. Oh, das ist auch eine Shockwave. Oh, shit. Scheiße, ich muss sterben. He's kill me. Ich bin in einem Busch wieder geworden. Können wir nach dieser Shockwave verlieren? Ich weiß, wie... Oh, Leute, das war nochmal gut gemacht. Weil wir in einem Mai oder weniger sind. Granata! Oh. Oh. Easy. Run. Run. I'm fast. I'm burying the water, yeah? Ich hab's durchgezogen. Ich muss da auch mal an mich denken. Oh, better die. Kann der immer Flash haben? Okay, Vayne is like in Vayne mode. Die Vayne is in Guard mode. Shit. Okay, Alter. Willkommen im Late Game. Im Late Game. Don't get cocky. Just finish it. Ja, die Vayne hat jetzt alles gecarried. Ich muss am Ende nur noch wehdrücken. Aber es war kein schöner Weg, Leute. Es war nicht nice. Aber Vayne war einfach... Stayed cool. shekahu ich! Let's Leave it. We're still the same.